Zu einem erfüllten Leben gehört es, den eigenen Lebensentwurf selbstbestimmt verfolgen zu können. Ob in Studium, Beruf oder Privatleben. Für viele Menschen ist das nicht selbstverständlich, da ihnen im Alltag ständig Hürden im Weg stehen. In Sachsen leben 10,3 Prozent der Bevölkerung mit einer Schwerbehinderung. Ähnlich bei den Studierenden im Freistaat. 9,7 Prozent geben an, dass sie eine das Studium erschwerende Beeinträchtigung haben. Dazu zählen unter anderem Beeinträchtigungen des Gehörs oder der Sehkraft, Sprach- und Mobilitätsbeeinträchtigungen sowie chronisch-somatische und psychische Erkrankungen. Hinzu kommen etwa 9 Prozent der Bevölkerung mit einer Farbsinnstörung oder Farbenblindheit und etwa 4 Prozent mit einer Legasthenie. Entsprechend ist auch an der Universität Leipzig, mit ihren rund 31.000 Studierenden und 5.300 Mitarbeitenden von einem hohen Bedarf an Barrierefreiheit auszugehen. Viele Beeinträchtigungen sind für Außenstehende nicht auf den ersten Blick wahrnehmbar. Seit Herbst 2020 sind alle Hochschulen in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, Vorgaben zur digitalen Barrierefreiheit umzusetzen. Kurz gesagt geht es darum, dass die digitalen Lehrangebote und verwaltungstechnischen Formalia für alle ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Konkret heißt das unter anderem, dass Webseiten und PDF-Dokumente so konzipiert, gestaltet und technisch umgesetzt sind, dass sie für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Legasthenie selbstständig nutzbar sind. Barrierefreie Videos haben Untertitel, sodass auch Personen mit Beeinträchtigung des Gehörs dem Inhalt problemlos folgen können. Ebenso wichtig wie technische Vorgaben ist eine aufgeschlossene Haltung. Begreifen Sie Barrierefreiheit als Chance, das Arbeiten und Studieren an der Universität Leipzig für alle zu verbessern. Denn nicht nur Menschen mit Beeinträchtigung profitieren von einem inklusiven Hochschulangebot, sondern auch ältere Mitarbeitende der Universität oder Studierende der Seniorenakademie. Ebenso wie Personen, deren erste Sprache nicht Deutsch ist oder Studierende, die vorübergehend nicht am Unterricht teilnehmen konnten. Tipps und Hilfestellung rund um das Thema digitale Barrierefreiheit erhalten Sie in unserer Videoreihe. Für eine Kultur der Offenheit und des menschlichen Miteinanders. Bei weiteren Fragen melden Sie sich gern bei der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie unter chancengleichheit-at-uni-leipzig.de Musik 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 Musik